herzlich willkommen wieder zurück wir spielen wahrscheinlich wasteland so wie es aussieht ja gut dann schauen wir mal ob es schnell lädt na so wie immer das große problem das es bei mir einfach sehr lang braucht bis es lädt ist wirklich scheiße ich weiß nicht woran es liegt ich weiß es echt nicht war warum und was liegt es denn boah jetzt kannst du auch mal laden na 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 alter wo jetzt kommen jetzt dankeschön so ich dachte mir wir sind heute mal ein bisschen hier ist ich leider mit dem arzog visier dem auch auf kurzer distanz richtig ab rocken ich muss ja sagen ich bin dann ab normaler sniper nut also nicht wundern ja also nein habe ich da was gesehen so ein bisschen so quicks kopeln das klappt ja super kommt erst mal her da geben aber genügend zeit gehabt ich habe den getroffen das gibt es ich denke wie schlechter war und wir haben auch ziehen loll ich spreite einfach mal rein ähm ok ok alles klar wir versuchen jetzt hier wieder wieder da rein zu gehen das fand ich eigentlich ein ganz guter ganz guten plan na da ist doch einer drin ich schaue einfach mal das geht's nicht das geht's doch nicht ich hab den noch getroffen ohne spaß ohne spaß jetzt mal geht lol was war das denn aber hier ne flasche öffnen sagst du g18 g18 ich bin nämlich ein noob wcf man jenol so lehre wo du hast ein geschütz dieses geht's sonnet seiner wissen ist es noch Wo ging denn die Gegner? Lolles Ja, WTF, ich hab den doch getroffen, mal ohne Witz davor Das war auch schon, ey Na, boah, steh ich versteckt Also, da ist auf jeden Fall ein Geschütz Zack Zack, Drohne, zack 5-3, jawoll Oh Das sind wohl ein paar meiner Buddies Zack Spielverderber Zack Wieder die erste Oh, die Die kommt von hinten, sagst du Das geht's nicht Alter, das geht's doch nicht Let's an Fuck Boah, Alter Ich muss echt noch ein bisschen mit der Sniper üben Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich nicht so gut spiele Loll, ich hab den doch getroffen, mal ohne Spaß jetzt Alter, wir müssen verarschen, machen keinen One-Hit, hä Versteht das einfach nicht Loll, ich hab den doch im Header gegeben Mann Was soll denn die Scheiße Zack Boom Das geht's doch Ich komm mit der Schrotsche rein Boah, Junge, Alter Kleine Motherfucker, ey Vielleicht hab den getroffen Aber er ist nicht gestorben, ist nicht verarschen Ja, sicher Ich jubel Wette, Alter Ich hab den noch getroffen, ihr habt's doch gesehen, oder? Alter, manchmal ist es ohne Witz, ey Manchmal Das ist das Spiel so richtig unlogisch Das ist echt richtig unlogisch Manchmal So, was sind's denn, ich hab von da Da kommt einer Zack Ich hab den doch getroffen, Mann Lass mal hier abhauen Ich hab den doch getroffen Alter Spaß, ey Das ist voll die Drohne Obwohl wir schon eine haben Ich jubel Das geht's net Das ist aber noch positiv Das ist natürlich ein guter Na Ach, lol Ist halt weggegangen Mein Gott Wo ist's? Kleine Hose Zack Also ich bin Schon nicht schlecht mit der Sniper, muss ich schon sagen Aber manchmal, du Zack Junge Kleine nochmal, komm Ach, schade Wie hieß es? Blackshot oder was? Ich weiß nicht genau, wie das heißt Na, ich will die Waffen nicht wechseln Ich will deine Flash werfen Genau, Dankeschön So, dann schau ich mal Oh Oh So, die Aufklärungsdrohne Und die Aufklärungsdrohne Hier Lol Ich stehe da oben Und warte bis ein Gegner kommt Alter, lol Wo ist da hinten einer? Hallo Ich seh net Hä? Das soll direkt vor mir sein Seh net egal Genau Ja, ja, komm Also das hat nichts mit Skills zu tun Ja, also Damit er mich für zuschauen 1610 war eigentlich ganz gut Ja, mir das einfach Und dann würde ich sagen Wie lange wirst du schon Hab ich schon gesagt Aber egal Also bis dann Ciao Ciao